... Musik ... Gerne, gerne, gerne. ... ... ... Vielen Dank. Was ist denn Dessau Design? Wir studieren an der Hochschule Anhalt in Dessau. Und ja, integriertes Design studieren wir. Das ist gerade ein Interview. Ja, nur ganz spontan. Genau, also wir studieren integriertes Design und es ist halt so ein Mix aus Produktdesign, Interior Design und Grafikdesign und ganz viel Animation und Musik. Ja, und wir haben halt gedacht, wenn man kreativ arbeitet, sitzt man voll auf so einem weißen Blatt und weißt es so richtig anzufangen sozusagen. Und dann kriegen wir das weiße Blatt auf die Buchmesse und animieren die Leute anzufangen. Ja, und ich glaube, man hat halt auch so viele Eindrücke von Einstellenden, wo man sich halt super viel anschauen kann. Und wir dachten, okay, das wäre auch cool, irgendeinen Bereich zu schaffen, wo man einfach mal nicht nachdenken muss, nicht reizüberflutet wird von allen möglichen Magazinen, Büchern, die man sich anschauen kann. Und einfach mal drauf losmalen kann. Und einfach auch ein bisschen runterkommen, entspannen und loskritzeln kann. Das befreit ja auch voll. Und darf hier jeder was schreiben? Ja, egal wer, egal wo, man kann alles bemalen, beschreiben, scribbeln, da gibt es auch keine Grenzen, das ist ja was Schöner. Es ist ja schon sehr viel bemalt. Habt ihr heute erst angefangen? Ja, es ist heute Morgen um 10 Uhr. Heute Morgen um 10 Uhr und es ist schon so viel. Wir hätten auch nicht gedacht, es ist so viel. Dann wird es aber langsam eng, oder? Ja, mal schauen. Also dann wird halt in den nächsten Tagen die Aufgabe sein, was kann man halt aus dem, was bisher schon da ist, irgendwie noch mehr dazu machen oder was kann man das vielleicht verbinden. Mal schauen, vielleicht romaren wir auch nochmal was mit Wiles, damit wieder doch noch ein paar neue Flächen entstehen. Aber es ist ja auch noch nicht alles komplett voll geskribbelt. Also ein bisschen Platz ist ja noch. Oder anbauen. Anbauen. Wir machen noch einen Stand. Gibt es denn irgendwas, was bisher schon gekritzelt wurde, was euch besonders gut gefällt? Oder möchtet ihr irgendein Highlight? Habt ihr ein Highlight? Also ich finde das hier auf dem Boden sehr, sehr gut. Das mag ich den Frame of Mind. Ich mag den Elefant. Der Elefant ist auch witzig. Der Elefant, ja. Ich meine den. Da ist der Elefant. Da ist der Elefant, ja. Ich mag das Lettering, wo du stehst, Eddie. Ja, auch so. Denk, die seien neu. Ach, das ist Denk Design neu. Man sieht es schlecht, aber das sieht echt super cool. Da haben sich ein paar Leute aber richtig Mühe gegeben, ne? Ja. Manche mehr, manche weniger. Aber das ist ja vielleicht auch gerade diese Mischung, die es reizvoll macht. Ja. Und so hier hinter den Kulissen wird auch schon gemalt. Ja. 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 Danke.